So, willkommen zu einem neuen LoL Video. Ich wollte mal ein Full Lethality Cane Build ausprobieren, das ist irgendwie ein bisschen ausgeartet und dann war das in 20 Minuten Wind komplett gesnowbollt, aber na gut, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das macht auch Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr sowas live sehen wollt, geht doch einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, das ist mein Twitch-Kanal. Und wenn ihr mich hier auf YouTube supporten wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren oder gebt dem Video ein Like. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Papi frisst jetzt natürlich für mich ein bisschen Damage, ist nicht so gut. Ah na gut. So. Oder so und perfekt. Vayne ist da, aber die Seraphine nicht. Perfekt. Da ist die Seraphine. Gucken wir mal, ob wir da helfen können. Lassen wir den mal ein bisschen hinten. Perfekt. Papi ist relativ aggressive drin. Leute, das ist genau das, was ich nicht wollte. Genau das Gegenteil. Was zur Hölle macht ihr? Na ja, wir haben jetzt ein bisschen Poke rausbekommen, aber na gut. Schauen wir mal, ob wir dem helfen können. Ich wollte jetzt eigentlich schon ein Level-3-Gank machen. Nice. Schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Und der Bot hat auch ein Kill rausbekommen. Ist wirklich hyper-aggressive, ne? Hyper-aggressive. Sind wir ein bisschen schneller und danach können wir auch noch Scudder machen. Ist jetzt ein bisschen delayed. Der ganze, der ganze Kill. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, wir haben einen Kill dafür bekommen, ne? Weiß nicht, was mehr worth es sein könnte. Okay, damn it. Da Carver-Stack. Damn it. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ich dachte, es gibt ein bisschen mehr. Na gut. Flash gewastet. Absolut. Lilia ist auf der Bot. Da hat ein bisschen Damage gemacht, aber nichts weiter rausbekommen. Das ist super. Time-Waste für sie. Und Bot pusht rein. Das heißt, wir können da jetzt auch noch wunderbar hin. Nice. Okay, wollte ich mir so ein bisschen snacken, ne? Hat man gesehen. Okay. Ah. Bowie. Das ist, äh, saurisky, was du da machst. Okay. Er ist wieder rausgegangen. Ist gut. Und. Wunderschön. Natürlich viel gefarmt, ne? Sind es bei 40 Farmen, ne? Ist ziemlich gut. So. Und. Das hier noch. Perfekt. Tun wir uns als nächstes das. Und vielleicht noch ein Counter-Ward. Wunderbar. Steht 3-0. Ich habe mich an zwei Kids davon beteiligt. Ist wunderbar. Gehe nochmal Bot. Unsere Red-Top ist uns erst mal egal. Akali pressiert den ganz gut. Er hat doppelt so viel Farmen. Das heißt, da brauchen wir wirklich nicht, nicht wirklich so drauf zu achten. Der Fizz stirbt da. Ja. Okay. No, man. Nicht ganz bekommen. Er ist halt, der hat einen guten Escape, ne? Hat einfach einen guten Escape. Der Wladimir. Der gute. Ja, wie sich die Leute mal aufregen, wenn ich ganke, ne? Das ist halt einfach mein Job. Das ist halt einfach mein... Das ist halt wirklich einfach meine Aufgabe, ne? Ohne Gangs ist halt wirklich schwierig, ne? Für meine Lanes. Nein, wir haben einen Care auf den bekommen. Das war am Anfang, als ich draufgegangen bin. Danach nicht mehr. Kann den auch alleine machen, ist kein Problem. Ja. Er ist top line, das heißt, wir machen den hier. Ganz entspannt. Wir müssen bloß hoffen, dass der Wladimir nicht kommt. Und um 70, wir haben noch keine Form bei 12 Minuten. Ist natürlich ein bisschen schlechter, ne? Oh, wow. Nein, ist gar nicht mehr so schlecht. Kehr rausbekommen. Dadurch die Scuddle denied, das ist gut. Das ist pretty good. Ich check das nicht. Das war einfach auch stupid. Wladimir ist aber auch der, ne? Hätte ich schon erwartet, dass der sowas macht. Zack, zack. Und ich habe meine Form nicht bekommen. Ich konnte ja halt nicht ulten, ne? Ich meine, der steht 5-2, ne? Just saying. Ich würde da gern nochmal drauf. Okay. Backen ist relativ. Ist vielleicht sogar schneller, ne? Wollen wir jetzt mit Formen dann. Können wir ganz gut laufen. Nice. Okay. Gerade noch weggekommen. Gut, gut. Das war super closer fight. What? Ich habe jetzt meine E geskillt aus Versehen. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ist ein bisschen Panik-Skill gewesen gerade. Welche E eigentlich nur pressen wollte. Ich dachte, vielleicht ist das ein schneller Up. Naja. I don't know. Na gut. Gar nicht so schlecht. Schön zwei Kills genommen. Und jetzt holen wir uns noch Scuddle. Das ist groß Scuddle. Das wird natürlich noch praktischer. Okay. Nice. Passt. Danke Akali. Du hast ziemlich viele Leute durch den Kill noch bekommen. Also beziehungsweise. Ich habe ja ein Siss drauf bekommen. Ist auch gut. Auch sehr, sehr gut. So 630 müssen wir smiten. Schön. Ist der dritte Dragon sogar schon. Nice, nice. Wir machen hier echt gutes Work. Mal. Wir farmen mal noch ein bisschen. Kriegen jetzt Earthdrake. Ist okay. Ich meine, Earthdrake kriegen ist eher gut, dass wir den Gegner den neiden. Also ich meine, ist okay. Ist fein. Stern war halt ein bisschen weniger. Nicht schlecht. So. Ist für Full Lethality natürlich nicht so praktisch. Stehen jetzt 412. Ziemlich gut. Ziemlich gut am Snowball. Und vielleicht können wir sie killen. Nice. Das war quick. Sehr, sehr schön. Kurz und schmerzlos. Müssen wir das setzen. Bleibt langsam keine Zeit mehr. Nice. Können wir einen Turret raus. Kriegen wir sogar zwei Charges für. Nice. Gucken wir mal. Warten wir mal ein bisschen. Und zweite Charge. Ja, super. Wunderschön. Wollen wir mal, dass sie uns jetzt nicht sleept. Sie könnte natürlich, ne? Wunderschön. Die arme Dame ist halt gar nicht mehr drin. Ich möchte bloß den Ward clean. Keine Sorgen, mein Freund. Ich möchte nichts von dir. Nice. Einmal aufgeben. Cool. Sehr, sehr schönes Game. Ich meine, ich war jetzt auch an einem Punkt, wo ich ein bisschen gesnowballt habe und die einfach one-shotted habe, ne? Ziemlich, ziemlich gut. Da wird es halt da, ne? Bot Lane rausnehmen. Wenn der Jungler squishy ist, den Jungler einfach komplett exekuten. Der Fiss war nicht so gut. Und hören wir mal die Poppy. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. 10 Win XP boost. Cool. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Dann, ah, ja, ist okay. Ich meine, das Game ging jetzt nicht lange. Wir haben gerade erst angefangen, ein Tier zu stacken. Sieht man schon, wenn man ein bisschen snobbelt, kriegt man sehr früh sehr, sehr viel Damage. Allein schon mit dem Item. Wenn man ja 15% increased Damage für die nächsten 3 Sekunden ist, ist insane. Ist insane. Macht die Kuh einfach default 15% mehr Damage. Ist schon nice. Schon ziemlich, ziemlich nice. Ja. Ja.